Und nochmal ein Video, wie man mit wenigen Angaben eine quadratische Funktionsgleichung bestimmen kann. Wir haben hier zwei Punkte. Die allgemeine Funktionsgleichung sollten wir mittlerweile kennen. y gleich ax² plus bx plus c. Und in diese Gleichung setze ich einfach alles ein, was ich habe. Denn in den Punktkoordinaten steht x-Wert, y-Wert und hier haben wir ein a. Das heißt, wir bekommen dadurch zwei Gleichungen. Einmal die eine mit dem Punkt p. 0 und 3 und 3 für die Koordinaten eingesetzt. Also y hier und x hier. Und das a haben wir eingesetzt von dem Öffnungsfaktor. Klammern brauchen wir ja keine setzen, da unsere x-Koordinate positiv ist. Also plus 3. Nun fassen wir das zusammen. 3 mal 3² gibt 27. b mal 3 ist unüblich. Wir schreiben ja immer 3b. Und wir kennen ja das, wenn man zwei Gleichungen hat, muss man immer eine nach einer Koordinate auflösen und in die andere einsetzen. Also tun wir hier nach einer Koordinate auflösen. Das Geschickte ist, das hier nach c aufzulösen, weil ich dann nicht mehr viel machen muss. Ich muss nämlich nur 27 und 3b auf die andere Seite bringen. Bekomme ich, indem ich es entgegengesetzt mache. Also minus 27 minus 3b. Dann steht das dran. So und jetzt habe ich nach einem Faktor aufgelöst. Dabei setze ich in die andere Gleichung ein. Hier minus 2,25. 3 mal 1,5 Quadrat. Plus b mal 1,5. Einfach nochmal die quadratische allgemeine Form anschauen. Von der Funktionsgleichung. Dann weiß man auch, warum das hier so eingesetzt ist. y ist gleich ax Quadrat plus bx plus c. So und für dieses c dort hinten setze ich jetzt dieses c hier ein. Nämlich minus 27 minus 3b. Den Rest schreibe ich ab. Das hier bleibt erstmal gleich. Das hier kann ich ausmultiplizieren. b mal 1,5 schreibt man zu 1,5b. Und das c da hinten wird ersetzt durch eben dieses c. Also das, was links davon steht. Das kann ich jetzt zusammenfassen. 6,75 minus 27 ist minus 20,25. 1,5b minus 3b gibt minus 1,5b. Dann bringe ich die 20,25 rüber. Bleibt 18 stehen. Teile das Ganze durch minus 1,5. Hier müssen wir Klammern setzen, weil negative. Negative Zahl. Und dann entsteht b gleich minus 12. So und wenn wir b haben, dann ist es jetzt nicht mehr schwer auf c zu kommen. Denn hier steht c ist gleich. Das heißt wir müssen nur für b hier minus 12 einsetzen. Minus 12 mal minus 3 gibt plus 36. Das heißt, so eingesetzt ergibt es dann eben 9. Und jetzt habe ich mein b, mein c und mein a. Und bei einer quadratischen Funktion brauche ich nichts anderes. b, c, äh a, b und c. Und dann bin ich fertig. Eine weitere Aufgabe. Das ist der andere Typ. Wir haben diesmal einen Scheitelpunkt und einen Punkt gegeben. Hier brauche ich die Scheitelpunktsform. Das heißt, hier ist mein y von dem Punkt. Hier ist mein x von dem Punkt. Aber wenn ich in dieser Klammern schreibweise dieses Ganze verwende, kann ich auch den Scheitelkoordinaten einsetzen. Aufpassen. Hier ist immer standardisiert ein Minus. Das heißt, dadurch, dass hier plus 1 steht, bleibt dieses Minus hier dran stehen. Einfach nochmal in der Formelsammlung nachschauen. Jetzt habe ich nur noch Zahlen und eine Variable. Nach der kann ich auflösen. Minus 1 zum Quadrat gibt plus 1. Also ist a gleich 4. Denn hier steht dann a mal 1 plus 1. Ich bringe den 1 rüber. Und a mal 1 ist nichts anderes wie a. Und wenn ich den 1 rüber bringe, mache ich 5 minus 1. Gibt 4. Jetzt kann ich das Ganze in diese Form einsetzen. Jetzt habe ich zwei Punkte. Und den Öffnungsfaktor. Genau das gleiche wie hier oben. Also mache ich auf der einen Seite den Punkt einsetzen 5, 0. Und löse das Ganze auf. Denn Gott sei Dank haben wir einen x-Wert von 0. Damit bleibt nämlich gleich c gleich 5 stehen. Hier drüben setze ich nun den Scheitelpunkt ein mit diesem Öffnungsfaktor, den ich gefunden habe. 4 plus b plus c. c, wissen wir aber, ist 5. Also kann ich auch hier nach b auflösen. Indem ich 5 und 4 nach drüben bringe. Ich kann es vorher zusammenfassen. Ergibt auf jeden Fall minus 8. Und dann habe ich die quadratische Gleichung fertig. Oder die quadratische Funktionsgleichung. a als Öffnungsfaktor oder a-Faktor, b-Faktor ist minus 8 und c-Faktor ist 5. So, das war's. Jetzt solltet ihr es endlich verstehen. Hoffentlich.